Heute, in der ersten Folge des Klettern Grundlagenkurses, unterteilen wir die Welt, nein, ich meine natürlich das Klettern, in all seinen einzelnen Kategorien und Disziplinen. Heute im Grundlagenkurs zum Klettern ein kurzer Ausflug in die Welt des Sportkletterns, Hallenkletterns, Alpinkletterns, Dreadkletterns, Mehrseillängenkletterns und so weiter. Denn all das ist immer etwas ganz anderes, auch wenn am Ende immer ein Klettern steht. Sportklettern. Beim Sportklettern geht es eigentlich vor allem um den sportlichen, den aktiven Charakter des Kletterns. Dabei klettert man in der Regel nur vom Boden eine gewisse Höhe entlang von Bohrhaken oder anderen Zwischensicherungen die Wand nach oben, bis man eben am Ende angekommen ist. Wo das Ende letztlich ist, wird durch die Kletterroute im Prinzip selbst, aber auch natürlich durch die Länge des Seils bestimmt und beeinflusst. Nachdem man aber oben angekommen ist, wird man vom Sicherer wieder nach unten auf den sicheren Boden abgelassen. Dabei löst man die Verbindungen zu den Zwischensicherungen letztlich und so kann man dann an verschiedenen Orten an einem und demselben Tag letztlich auch mehrere Routen machen und so insgesamt eben auch viele Klettermeter in den Schwierigkeitsgraden machen, auf die man halt gerade Lust hat. In der Regel bewegt sich das Sportklettern aber nur selten über eine Kletterhöhe von 35 Meter hinaus. In der Regel sind die Kletterrouten beim Sportklettern gut abgesichert, sodass das objektive Risiko geringer ist als bei anderen Kletterdisziplinen. Außerdem ist das Sportklettern recht kurzweilig, sodass man das auch mit weniger Tagesfreizeit zum Beispiel mal machen kann. Nachteil ist jedoch, dass Sportklettern nur bedingt etwas mit dem Bergsport zu tun hat. Einen Berg kann man durch die kurzen vertikalen Distanzen so nämlich natürlich nicht beklettern. Das benötigte Material hält sich noch in Grenzen und damit natürlich auch die Anschaffungskosten. Hallenklettern Das Hallenklettern ist im Prinzip Sportklettern unter sehr kontrollierten Bedingungen in der Halle. Statt Fels hat man eben bunte Griffe und eine exzellente Absicherung, die in jedem Schwierigkeitsgrad ident ist. Daher gilt es als tolle Trainings- und Lernmöglichkeit. Abgesehen davon hat das Hallenklettern jedoch nichts mit dem Felsklettern zu tun und konzentriert sich vollständig auf den sportlichen Charakter. Mehrseillängenklettern Das Mehrseillängenklettern ist eine Weiterentwicklung des Sportkletterns. Eine Weiterentwicklung in die Höhe, könnte man sagen. Dabei ist die Idee die gleiche wie beim Sportklettern, nur mit dem Unterschied, dass man nach dem Ende der Seillänge nicht wieder abgelassen wird. Stattdessen wird über entsprechende Techniken am Ende der Seillänge oder an gegebener Stelle ein sogenannter Standplatz eingerichtet, der sicherer von unten dann nachgeholt. Danach startet man vom Standplatz weiter nach oben und wiederholt das Vorgehen im Prinzip bis zum Ende der Route. Mehrseillängen entstehen quasi automatisch, wenn die Länge der Route über die halbe Länge des eigenen Seils hinausgehen würde. Bei einer Routenlänge von 200 Metern gibt es kein Kletterseil, mit welchem sich die Route allein rein rechnerisch in einem Schwung klettern ließe. Daher werden dann in unterschiedlichen Abständen zwischen 30 und 50 Metern Standplätze eingerichtet, die sich durch eine zusätzliche Absicherungsmöglichkeit auszeichnen. Details dazu aber jedenfalls in einigen Wochen. Sehr gut abgesicherte Mehrseillängen kennt man auch unter dem Namen Pläsirrouten. Hier sind Bohrhaken und zuverlässige Fixpunkte in großer Zahl verschraubt, sodass die Orientierung erleichtert und das Verletzungsrisiko im Sturzfall minimiert ist. Alpinklettern Alpinklettern ist die wohl umfangreichste Form des Klettersports. Hier kombinieren wir nämlich die Fähigkeiten, Techniken und Herausforderungen des Klettersports mit der Exposition und den Schwierigkeiten des Bergsteigens. Dabei sind aber einige Dinge zu beachten. Alpinklettern findet immer in Verbindung mit dem Mehrseillängenklettern statt, wobei sich diese Routen dann durch eine schlechte, sogenannte alpine Absicherung auszeichnen und das selbstständige Setzen von mobilen Sicherungsmitteln notwendig oder zumindest sinnvoll machen. Außerdem sind bei Alpinklettereien auch der Zustieg, der weitere Weg nach dem anspruchsvollen Seilklettern oder der Abstieg recht alpin, sodass die Schwierigkeiten der Tour nicht nur auf das Seilklettern beschränkt werden. Beim Alpinklettern besteigt man in der Regel auch Berge bzw. einen Gipfel. Es ist im Prinzip die Kombination aus Mehrseillängenklettern und dem anspruchsvolleren Bergsteigen und sollte daher nur von Geübten in beiden Bereichen des Bergsports durchgeführt werden. Dafür wird insgesamt auch nochmal mehr Ausrüstung benötigt als für das typische Mehrseillängenklettern. Alpinklettern ist außerdem insgesamt ein Stück gefährlicher als das Mehrseillängenklettern, da hier auch Faktoren hinzukommen, die wir durch Training allein nicht kompensieren können, sondern lediglich mit viel Erfahrung eventuell etwas besser funktionieren. Dazu zählt vor allem die Orientierung innerhalb einer Route, welche beim Alpinklettern manchmal sogar den Löwenanteil der Herausforderung ausmachen kann. Und natürlich gibt es auch die Gefahr des Steinschlags oder auch unsichere, alte oder unzuverlässige Zwischensicherungen. Tread-Klettern Das Tread-Klettern ist eine abenteuerliche Art des Klettersports, die vor allem entweder stellenweise im hochalpinen Raum vorkommt, in typischen Rissrouten, aufgrund von Traditionen, wie beispielsweise teilweise im Yosemite Valley oder auch als Sportkletterrouten. Tread-Klettern ist in den Alpen eine sehr junge Disziplin und füllt eher einen Nischenplatz aus. Das liegt zum einen am höheren Gefahrenpotenzial des Sports, da die Sicherungen durch menschliche Fehler eher versagen können als Routen mit Bohrhaken. Zum anderen liegt es auch an den Kosten. Beim Tread-Klettern geht es nämlich primär um die Idee, nichts in der Route zurückzulassen. Die Sicherungen und Standplätze werden komplett aus mobilen Sicherungsmitteln und anderen Sicherungstechniken errichtet. Dadurch kann man beim Weiterklettern in der Meerseillänge oder beim Abbau der Route beim Sportklettern sämtliche Spuren am Berg wieder mitnehmen. Manche Tread-Kletterer sprechen beim Tread-Klettern von der Zukunft des Klettersports, da sie felsschonend und abenteuerlich ist. Das genaue Gegenteil ist aber dann das sogenannte Technoklettern oder auch das technische Klettern genannt. Damit können wir auch zu einer Zusammenfassung kommen, wenn wir über das Material sprechen wollen. Den geringsten Materialaufwand haben Hallenkletterer. Hier kommt man mit 200 Euro Budget schon sehr weit. Wie gesagt, die Details zur Ausrüstung schauen wir uns gesondert in einem Video an. Etwas mehr Material brauchen schon Sportkletterer am Fels. Hier sollte man mit einem Budget von 400 Euro kalkulieren, um die Ausrüstung vollständig zu besitzen. Das Meerseillängen klettern kann je nach Ausstattung und auch an Bedarf der Ausstattung die Kosten auf 500 bis 600 Euro steigern. Alpin-Kletterer brauchen in der Regel nochmal ein ganzes Eck mehr Ausrüstung. Für alle Alpin-Kletterer, die große Bergtouren mit alpinen Meerseillängen dazwischen machen wollen, sollte der Geldbeutel ungefähr 800 Euro locker machen. Gut ausgestattete Tread-Kletterer sind sehr materialaufwendig unterwegs. Außerdem kosten manche mobile Sicherungsmittel auch wirklich ordentlich Geld. Daher kann der Tread-Kletterer für die gesamte Ausrüstung von 0 auf 100 gerne 1000 Euro im Geschäft liegen lassen. Wobei das eher noch die absolute Untergrenze ist. Die unterschiedlichen Disziplinen brauchen also unterschiedliches Budget. Aber nicht nur deshalb ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen. Denn durchaus können euch diese Begriffe in Topos, Routenbeschreibungen und Co. um die Ohren fliegen. Sodass ihr dann schnell eine treffsichere Zuordnung machen und euch mit eurem eigenen Erfahrungsschatz letztlich das abgleichen könnt. Traditionellerweise sollte man sich nicht zu schnell in die Königsdisziplinen, also das Alpin-Klettern und Tread-Klettern werfen. Denn hier verbrennt man nicht nur gut Geld, sondern hat mit wenig Erfahrung auch große objektive Gefahren und Risiken vor sich. Daher ist der typische Werdegang eines Kletterers oftmals auch das Halm-Klettern und Sport-Klettern zu Beginn. Um später erste Erfahrungen in Mehrseillenk-Klettern zu sammeln und letztlich eventuell auch bei Interesse des Alpin-Klettern oder Tread-Klettern für sich zu entdecken. All das sind nämlich komplexere Stufen und Weiterentwicklungen der einfachsten Form, dem Hallen-Klettern. Wichtig ist aber, nichts ist mehr oder weniger Klettern. Deshalb haben es all diese Formen und Disziplinen auch verdient, in ihrer Gänze letztlich veranschaulicht zu werden. Das war heute der grobe Überblick der einzelnen Disziplinen und Themenbereiche des Klettersports. Nächste Woche starten wir mit Materialkunde und was eigentlich wie und warum und wo Anwendung findet. Denn gerade die Materialsicherheit ist etwas, worauf wir uns mit unserem Leben verlassen müssen. Bis dahin abonniert jedenfalls den Kanal, um keine Videos aus dem Grundlagenkurs mehr zu verpassen und auch natürlich auch sonst keine schicken Videos. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.